So, so YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir fangen heute an mit einer neuen schönen Fünferrunde, aber ich habe bei Each Drop Group The Only Picked Once eingestellt. Drop Group sind diese 107 Länder, die es gibt, die wir ausgewählt haben und ja, mal gucken, ob das besser läuft als die letzten Male. Also, rein in den Spaß. Oder auch nicht. 30.000 Punkte warten auf uns, wenn wir genau die exakte Position in einen Fünferrunden erraten. Wo geht's hin? Was sagt ihr? Ich rate und würde vermuten, wir gehen heute nach Kyrgyzstan. Ah, Südamerika. Gar nicht so weit weg. Ecuador, Kolumbien, Kolmado. Ich bin hier schon mal gestartet, glaube ich. Entweder ist das Guatemala City oder Kolumbien gewesen. Dieses Schild, da kenne ich einfach. Das war an, in irgendeiner größeren Stadt, an ganz vielen Läden. Kolmado, La Lucina, so eine Kette, nicht? Okay. Kann natürlich auch ein kleines Dorf sein, wo genau ein Laden dieser Kette jetzt ist. Baldera. Auf jeden Fall haben wir Straßennamen. Sofern die dann in Google irgendwo auch angegeben sind, sollte das gar nicht so problematisch sein. Aber irgendwie ist die Navigation hier schwierig. Wir springen einfach wild umher. Ich kann gar nicht in eine Richtung laufen. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Das bringt gar nichts gerade. Äh, wir gehen mal nach Süden. Also in die anderen Richtungen, da springt der wild umher. Anscheinend sind da sehr starke Höhenlevel. Da wieder. Und ja, wer live dabei sein möchte, kommt auch in den Twitch-Chat. Dann könnt ihr zum Beispiel gerne Clips vom Versprecher machen. Wie so manch andere hier. Nicht, dass ich mich jemals versprechen würde. Wer oft zuguckt, weiß, das passiert nicht. Hä? Auch krass, aber nicht? Alle fünf Meter dieses Schild. Und wer anderes behauptet, das sind böse Zungen. Okay, das war zum Beispiel jetzt komisch. Wo ist er hier hingesprungen? Keine Ahnung. Irgendwie hat er manchmal Probleme einfach gerade zu gehen hier in dieser Stadt. Hier zum Beispiel. Was war das? Keine Ahnung. Pff. Die Straßen sind sehr, sehr eng anscheinend. Fiesta Sabor. Adoracion. Die Flagge. Kann ich der schon in eine Richtung vertrauen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wärmeres Klima. Sehr viele Klimaanlagen. Aber gut, in Südamerika nicht ungewöhnlich. Wir können mal gucken. Die Sonne ist da, würde ich sagen. Also, die ist im Süden. Also, sind wir eher im Norden. Würde ja zu Guatemala, aber auch Ecuador und Kolumbien teilweise passen. Brandy Fashion. Wichtig. Cola Real. Ah, hier gibt's die echte Cola. Banker Lotheka. Also, ich muss auch sagen, oft ist man so selten in den Ländern und in Städten, dass man sich nicht merkt, welche Geschäfte es da gibt. Ah, ich... Ja, ja, wartet, wartet, wartet. Ich glaube... Also, die Flagge hab ich jetzt schon zweimal gesehen. Wenn die das wirklich ist, dann ist doch nicht Guatemala... Katze! Shit. Hier kommen wir also nicht weiter. Hier war doch ne Abzweigung grad. Probieren wir mal die. Okay, kommen wir auch nicht wirklich weiter. Okay, versuchen wir's hier rüber. El Nuevo Sabor. Batida. Batida de Coco. Abogada. Oh, Abogada. Ey, jetzt ist er wieder gesprungen. Also, hier ist echt übel. Das ist zum Beispiel so ne Runde, die keinen wirklichen... Spaß bringt. Okay, hier kann man nur rechts rum, warum auch immer. Wir haben echt Probleme, hier überhaupt irgendwie rauszukommen. Das bedeutet, wahrscheinlich sind wir irgendwo, wo ne Art Flughafen... ...oder Gebirge, Wasser... ...irgendwie im Weg ist, sodass man nicht rausfahren kann. Ich glaub, jetzt sind wir am Startpunkt, nicht wahr? Ne, in der Sackgasse. Wow. Ähm. Ja, versuchen wir mal hier runterzufahren. Es geht nur in eine Richtung. Normalerweise klicke ich ja nicht die Pfeile an. Und hier geht's wieder im Kreis nach oben, nicht wahr? Okay, das heißt, wir kommen an der gleichen Stelle raus. Uff. Ähm. Ja, blöd. Ja. Wir müssen hier irgendwie rausfinden. Kommen wir da... Nein. Die können wir zum Beispiel auch nicht rausfahren. Da sind nämlich die großen Straßen. Das ist doch nervig. Warum kommen wir denn nicht raus? Banker den Lotteria. Lotheka. Ja, hier waren wir schon. Okay, also in die Richtung geht's nicht. In die Richtung geht's nicht. Dann probieren wir nochmal in die Richtung, wo er so krass rumspringt. Vielleicht müssen wir das einfach machen. Nationale Lotterie. Super Kolkma. Okay, und hier können wir auch nur hochfahren. Dann kommen wir ja trotzdem wieder auf die gleiche Straße, in die wir nicht weiterfahren können. Alles klar. Ja, dann ist die einzige Ausfahrt irgendwo in diese Richtung liegend. Und hier vielleicht nach links oder sowas. Weil geradeaus sind wir ja... Genau, hier. Das ist die einzige Kreuzung. So, in die Richtung geht gar nichts. Also können wir es nur in die versuchen. Ich hoffe nicht, dass hier... ...die... ...eine Dings war. Moto2 in 809. Caligado Medikamentas... ...Affiondos... ...Affiondos... ...Sport... ...Lieselot. Hm. Aber es ist wieder mal ein viel zu heißer Tag. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Das heißt, meine Konzentration lässt jetzt schon nach. ... ... ... ... ... Im Süden hatten wir Probleme. Wir versuchen mal... ...ähm... ...im Norden hatten wir Probleme. Und wir versuchen mal Süden. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Okay. also wir gucken mal Domingos, ich würde ja sagen wir sind irgendwo hier wahrscheinlich Domrap Domingo halt weil Santo Domingo und Co. habe ich schon ein paar mal gelesen und immer wenn wir nicht raus kamen waren wir hier hinten in so einer doofen Ecke in sowas hier drin zum Beispiel und sind hier immer im Kreis gefahren und es gab nur eine Straße die rausgeführt hat also würde ich auch denken wir sind in sowas hier und vielleicht eher hier oben vielleicht sogar hier direkt drin, Lucero das hatten wir doch gelesen die Straße würde in etwa passen und dann gucken wir gleich mal beim Startpunkt wenn wir hier nicht rauskommen ob wir die Straße sehen ich glaube das ist das Beste was ich hinbekomme wir können mal gucken Kolmado ob das ein Bezirk ist bin der Meinung das hatte ich schon damals mal gelesen Kolmado Kolonial einmal rosa einmal waren wir hier hinten einmal waren wir irgendwo hier könnte auch sein dass wir irgendwo na boah der Flughafen ist weit genug außen manchmal hängt man halt hinter so einem Flughafen fest und kann deswegen nicht weg ja erst mal weiter nach Südwesten Kol-el-Ranchero das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen jetzt geht es wieder nicht weiter dann werden wir hier in der Sackgasse landen oder in einer Straße in der wir wieder nicht weiter dürfen doch hier ist wirklich ganz schlimm okay ich muss mir mal merken diese grünen Schilder sind dann Dom-Rap wow also in jede Richtung in die ich hier rausfahren könnte darf ich nicht rausfahren ja das hilft mir jetzt nix ähm dann versuchen wir mal nee warte mal wir sind eben nach Süden dann versuchen wir jetzt mal nach Norden darf ich nämlich nicht oh fahren wir weiter nach Westen ist aber eben die Straße wo wir schon drauf waren oder okay ähm ich meine im Norden verläuft ja die große Straße jetzt sind wir an diesem Barber wieder vorbei hallo Lytro willkommen zum z-z-z-zockenende prost loteka apoleka leonardo defomulados er wäre gut wenn ich wenigstens die größere Straße irgendwie erreichen dürfte okay ich gehe jetzt von diesem Punkt aus ich glaube die andere große Straße bringt es nicht mehr okay also groß nicht die sind ja hier alle mittel nach Osten irgendwie können wir nach Westen und Osten sehr gut fahren aber nicht nach Norden und Süden da fährt er anscheinend immer nur an diese große Straße ran dann fahre ich jetzt einfach mal hier Osten immer weiter bis wir hier vielleicht irgendwie auf was Größeres kommen oder hängen bleiben das ist eigentlich auch eher Südosten Osten so ein Zwischending wo sind wir in welchem Land in der Domreb so zumindest die aktuelle Vermutung wir haben gerade erst angefangen aber wir können hier nicht richtig rausfahren das ist das Problem ich glaube das ist eine Runde die ich abbreche weil ich hier keinen Bock drauf hab äh weil ich nicht weiterfahren kann die ganze Zeit er setzt mich ständig zurück mit jedem Klick wenn ich nach oben fahre lande ich auf einmal unten also hier ist ganz doof die Abdeckung und ich komme nicht aus dieser kleinen Straße raus wir sind auf einer großen Straße okay ich nehme alles zurück ich glaube wir haben es oh mein Gott Autoimport okay mit der Straße sollten wir doch herausfilmen wo wir sind genau das hat nichts mit zusammen hinkriegen zu tun es macht einfach keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht wenn man nicht klicken kann dann ist die Runde scheiße das ist eher so das Problem da hat Google ein ganz ganz großes Thema dass sie die Bilder falsch zusammengestückelt haben zum Beispiel hier ich klicke nach vorne er geht nach hinten ich klicke nach vorne er geht nach hinten er kommt auch nicht raus außer ich klicke dann auf diesen Dings aber dann bewegen wir uns nicht so weit nach vorne total nervig rd mhm 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 die müssten eigentlich hier straßen schilder an den ampeln hängen haben wenn es ne größere ist ok die ist noch nicht groß genug in welche Richtung liegt die Autobahn sollen wir nach Norden oder sollen wir nach Osten 15 Minuten und gerade erst angefangen ja weil wir aus der Scheiße nicht rausgekommen sind wir sind fünfmal im Kreis gefahren die kleinen Straßen wo man nicht rauskommt deswegen jetzt sind wir erst da dass wir sagen können ja der Telefonnummer witz der hat einen langen Bart den man abrasieren kann Kalifakan Todos ich entscheide mich nämlich zu 50% falsch ne ich ich entscheide mich zu 100% bei einer 50% Chance falsch deswegen sagt ihr Osten oder Norden Osten oder Norden Osten gut Funfact wir dürfen gar nicht in den Osten reinfahren doch okay dachte gerade kurz und so wichtige Informationen sind hier mal wecke blöd da steht da steht ja nicht mal was Louis May Pizio aha we make the world best mattress aha wenn die das sagen dann wird es so sein Romano Primanera Wacke Leo Mueble wir haben manchmal so ein so ein Bingo gespielt und da war drauf Kühlschrank und Waschmaschine lustig oder also hier hättet ihr beim Bingo jetzt volle Punktzahl gehabt weil sowas wie einen Herd in Geotastic zu finden ist natürlich eigentlich ein Ding der sehr großen Unwahrscheinlichkeiten aber hier möglich aber scheint auch keine größere Straße zu sein weil ich nicht weiterfahren darf das heißt da wird es weitergehen da stehen noch Busse und ich kann da nicht hinfahren ich kann jetzt nur in diese kleine Gasse also fahre ich lieber zurück oh man und ich will einfach nur geradeaus er biegt links rein ich will geradeaus er biegt rechts ein ich will geradeaus er dreht sich um fährt nach hinten du bist am einen schuld nein nein du bist doch nicht schuld schuld ist google google ist die wurzel allen übelst und das was google zurzeit alles macht google wird adblocker in chrome wohl verbieten oder ausbauen und äh andere dinge also seit google nicht mehr google sondern alphabet ist kann man dem verein nicht mehr trauen ich würde sogar sagen google ist die nächste firma riesen tech firma die aufgekauft wird von irgendjemanden weil sie einfach nicht mehr sinnvoll ist und den investoren geht es nur darum geld zu machen also google ist faktisch tot im markt ähm lustigerweise hat nämlich neulich jemand was ganz interessantes gesagt google verkauft dir wer ähm mit ihrem ad programm plätze um in der suchmaschine nach oben zu rutschen aber google ist ja auch dafür verantwortlich dass sie in ihrer suchmaschine dich überhaupt gar nicht erst oben anzeigen obwohl du der relevanteste beitrag wärst das heißt du musst dafür zahlen inzwischen relevant zu sein für die korrekte suche damit nicht spam über dir landet und so machen sie geld und das ist ein hund der sich im eigenen schwanz beißt das stirbt irgendwann wenn die leute merken warum zahle ich dafür sichtbar zu sein das bringt mir doch gar nix dann sind sie weg vom markt vor allem abgesehen davon weil es ja auch andere suchmaschinen gibt die vielleicht sogar wesentlich besser funktionieren weil man die ergebnisse kriegt die man auch sucht Villa Marina 9 Kilometer Herrera ok damit können wir doch arbeiten Herrera ich glaube Herrera ist hier unten so ein industrial ähm irgendwo gewesen Herrera Herrera sagt mir auf jeden Fall was oh man wo war Herrera war das hier eigentlich dachte ich Herrera wäre er südlich dann wäre es nämlich hier aber die können wir glaube ich nicht sein oder was stand hier über Domingo dran Herrera ich weiß wir sind auf jeden Fall schon mal durch Herrera gefahren Zon Industrial Heiner Cristobal Comunidal Comunidal San Isidor Catella Campolindo Cariba San Luis Higuero Herrera hier da war Herrera gar nicht so weit weg von da wo ich gedacht habe nicht wir dachten hier oben drin gut könnte sogar sein dass wir immer noch hier drin sind irgendwo okay aber wir sind neun Kilometer von der Industriezone von da weg und die liegt nördlich das heißt eigentlich sind wir südlich also irgendwo deswegen kommen wir vielleicht auch nicht weiter weil dieser Streifen dazwischen ist dass wir hier immer im Kreis fahren oder hier drin sind das könnte sein dass wir hier drin waren und die Autobahn das blockiert hat ja so ne scheiße wird das sein aber wir sind halt nicht an der großen vorbei bis jetzt das wird noch spannend wenn wir jetzt noch den Straßennamen finden haben wir es glaube ich vielleicht hatte ich eine Vorordnung dass ich Anfang dieses Jahres vom Pixel auf ein iPhone umgestiegen bin ja gut das ist ja nochmal eine andere Geschichte nicht also grundsätzlich ist es sowieso bedenklich dass es nur zwei Betriebssysteme gibt und ich glaube nicht dass das iPhone wesentlich besser ist als das andere von Google mit Android beide sind ungefähr auf einem gleich schlimmen Level und auch generell habe ich heute gelesen gibt es anscheinend ein Ausverkauf der Tech Aktien im großen Stil was wohl sehr gut sein soll aber irgendwie auch wahrscheinlich am Ende nicht so gut sein wird die fetten Jahre für die großen Firmen sind glaube ich vorbei und ich hoffe es kommen ein paar Newcomer gerade was Handy OS Betriebssystem angeht ich bin zum Beispiel immer noch ein Fan vom Blackberry OS oder vom iPhone äh Windows Phone das war was okay jetzt sind wir aufgefahren auf eine große hier steht doch gleich dran wo wir sind wir fahren nach Osten es könnte wirklich sein dass wir hier gerade aufgefahren sind jetzt nach da fahren Plaza de Bandera ich kann hier einfach null navigieren ohne hin und her zu springen also macht echt wenig Fun hier kommen wir auf die andere Seite da steht dran so Centro Olympico Avenue Nuens de Carreras Autobus Jardin Botanique vielleicht sind wir auch hier rauf gefahren obwohl West Ost Jardin Botanique sehen wir das Botanique gut wer weiß das kann am Ende der Straße liegen mittendrin aber Nuez de Carreras vielleicht sehen wir die Nuez de Carreras hier das ist also hier sind wir dann sind wir hier drin und hier sind wir gerade aufgefahren entweder da oder nee wir sind ja nach Norden gefahren also sind wir hier aufgefahren und gerade in die Richtung irgendwie oder so oder wir sind nach da oder wir sind hier aufgefahren und auf jeden Fall sind wir in dieser Ecke so jetzt gehen wir mal zum Start zurück La Fuente und La Fuente vielleicht sehen wir sie ja durch Zufall Fuente Fuente und dann so viel Optionen gibt es ja eigentlich gar nicht die meisten heißen nur Kalle 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 San Rosé Kuba das passt so ganz gut zu uns nicht wo wir hier rumgeguckt sind Noria Zentral Venezuela Es Sol so eine Ecke hier nicht weil ich bin immer im Kreis gefahren und bin nicht rausgekommen das 15 Minuten lang also das muss schon ein bisschen größer sein hm hm Wente ok wir brauchen glaube ich doch noch einen anderen Hinweis hätte ich nicht gedacht Fernandez vielleicht wenn wir meinen die andere Richtung hier fahren nochmal da fahren wir nach Nordwesten da kommen grüne Schilder die interessieren mich weil wir müssen dann nämlich zwischen den beiden Avenues sein die hier aufgemalt sind also Nordwesten ja ich würde sagen das ist wir sind irgendwo nicht hier ist die Straße hier geht es hoch wir sind irgendwo hier drin zwischen den beiden großen Straßen weil ich habe die hier immer gesehen bin aber nicht hingekommen und so wie wir gefahren sind wäre das hier die richtige Ecke Jupiter Jupiter Mercutu Mercutu Neptuno Neptuno ne Fuente Furida Hera Apollo Zeus Norte Fuente war kein Gott nicht ok das eine ist nach Planeten benannt das andere nach Göttern was ist ein Fuente eine Insel nicht das heißt wir müssen vielleicht Rodos Robel ne Robel in so eine Ecke wo so Inselnamen sind oder irgendwas vielleicht ist Fuente aber auch ein lokaler Politiker gewesen Fabio Fallo Venezuela Irgendwas mit Central hatte ich ja einmal Central Road das Problem ist wir sind eigentlich immer südöstlich gefahren und dann nördlich was hier zu passen würde wir mussten südöstlich fahren bis hier und dann nördlich und sind hier aufgefahren und als nächstes wäre die gekommen und so fahren wir nach äh Nordwesten also wir können nur hier oben drin sein die Frage ist gibt es die Straße überhaupt noch so La Fluente hier ist es und dann stehen wir ah okay dann werden wir hier irgendwie stehen und ich bin nämlich hier rein hier ging es nicht weiter hier rein ging es nicht weiter hier ging es nämlich nicht rauf warum auch immer und dann sind wir ewig nach hier um irgendwo auf die zu kommen und hier unten ah und hier ging es nämlich auch immer nicht weiter okay La Fluente so die hier geht nach Nordwesten weg Nordwesten würde passen die geht nach Nordosten die macht auch ihren komischen Schlenker hier ja das ist es hier ist keine Straße und das geht nach Südwesten und da kommen wir auf die T-Kreuzung dadurch dass es hoch und runter geht wirkt es natürlich ganz anders aber wir haben es Bango Bongo oh ähm hä die Nebenstraße okay naja gut passt echt eine Scheiß Startrunde mal wieder gewesen aber Santo Domingo Dominikanische Republik besiegt und damit in die nächste Runde wo geht es hin nach komm Bangladesch Südafrika Indonesien gib mir irgendwas oh Europa Sant Norbertostrad okay das ist ja äh van Herkofen ich folge mal einfach den Tramgleisen die sollten uns irgendwo hinbringen wo es sinnvoll ist die 6000 sind unverdient nein die sind verdient St. Elisabeth es geht ja alles nur um die Abweichung solange die eingehalten wird ist alles perfekt ich hatte auch keinen Bock mehr auf die Scheiße da mit dem navigieren ist immer super nervig wenn man halt so hin und her geworfen wird okay wir laufen anscheinend mit so einem Rucksack wo oben das Ding drauf ist Burgarden Damburgistrad interessant auf jeden Fall äh wir brauchen irgendwas Markantes halt weil die Straßen will ich jetzt nicht unbedingt suchen vielleicht irgendeine Kirche oder sowas ja der Bus wäre auch nicht schlecht achso das ist ein LKW ich dachte das ist ein Bus der auf uns zufährt Lieferando Fahrer Steven Spielberg nee Steven Berg ja der gute Steven Berg Snacks Hamburger ist demnächst auch in ihrem Kino Steven Berg Steven Berg Lange Beldekenstraat De Riga Belgien okay nicht Amsterdam Belgien die haben auch Strat okay genau ich dachte die haben Rü oh da steht Belgien hmm vielleicht Antwerpen so am Rand haben die Strat ja okay die haben noch Strat dann sind wir in Antwerpen hier sind auch Trammgleise irgendwo gucken wir mal ich sehe keine aber doch da sind Trams eingezeichnet zumindest als Haltestelle bei Strat hätte ich auf jeden Fall auf Niederlande gesetzt aber wir werden wieder eines besseren belehrt okay wir müssen zur großen Straße zurück aber das finde ich halt das Spannende bei Geotastic dass man dann auch Ecken entdeckt das stimmt schon die Kennzeichen passen ja auch gar nicht also ganz ehrlich wenn ich die Ecken hier so sehe dann würde ich teilweise an Osteuropa denken also Belgien ist echt ich weiß nicht aber das hier sieht doch auch niederländisch aus mit den ganzen Rädern wieder aber Niederlande ist eigentlich Picobello ich weiß nicht ob überall aber das was ich bisher mal sehen konnte Bör Harvestrad hmm mal wenn wir hier sind Norden, Osten, Süden wir sollten nach Westen fahren dann kommen wir irgendwann ans Wasser das macht am meisten Sinn weil da sind dann die großen Straßen vielleicht Hackermarket Antwerpen ja okay Polizei ist immer stark bestätigt uns auf jeden Fall das heißt aber jetzt wir wissen wir sind in Antwerpen und wir fahren die ganze Zeit westlich dann werden wir halt wirklich hier drin sein unsere Straße heißt St. Nobertus vielleicht sehen wir sie ja so groß ist Antwerpen ja nicht St. Nobertus sollte ja auffällig sein Jakobs Ok es heißen ganz viele Sint Sint Nobertus müsste es also sein Der gute Sint Sint Maria Bierstraße gefällt mir hier Sint ah ne Jakob wir suchen ja Nobertus die große haben wir aber nicht gekreuzt und da sind wir auch nicht rangekommen vielleicht doch noch weiter draußen das ist aber auch nicht diese andere Straße die wir hatten Leider sind die Namen der Station nicht eingezeichnet sonst könnte man sich daran orientieren Bischofstraße hatten wir auch nicht Blackhoff Stadtparks hatten wir nicht vielleicht sind wir auch ganz weit außen naja hallo Javer an den Schienen orientieren ja die sind nicht eingezeichnet aber die große Kirche müsste eigentlich zu sehen sein wenn wir Glück haben wie gesagt die Stationen sind nicht eingezeichnet das hier ist die Stadtbahn das hier was wir haben ist Tram große Kirche die haben zwei Forts hier in der Stadt das ist ja krass mehrere ach die ging einmal so durch die Stadt okay gut wir müssen jetzt herausfinden welchen Bezirk wir haben würde ich sagen nicht wahr und willkommen J4Wer oder J4Wer Vorwerk ach Namen bei mir gibt es die Garantie wenn ihr reinkommt dass ich euren Namen falsch ausspreche wir fahren mal nach Norden okay ich darf nicht nach Norden fahren doch also heute ist auf jeden Fall schwierig dass er dahin fährt wo ich hin will er geht immer in die andere Richtung Bollywood naja echt das echte Bollywood Westfood in Antwerpen das glaube ich sofort also wer jetzt nicht überzeugt wird dass er ins Bollywood geht weil er das Bestfood in Antwerpen kriegt dem kann ich auch nicht mehr helfen ich bin überzeugt ich gehe da ab sofort jeden Tag essen äh nicht natürlich die 4 ist Ersatz für ein A okay ja wer ja wer denn dann manix 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 habe ich auch noch nicht gelesen okay das hier hilft doch schon mal wir sind in einer Parkgegend gelandet nach Norden das sieht aus wie ein Stadtpark gut die haben sehr viele Parks nicht das könnte das hier sein das könnte aber auch nur sowas hier sein das könnte sowas hier sein aber da ist irgendeine erhöhte Straße oder sind das die Schienen wenn das die Schienen wären die gar nicht schlecht gucken wir mal was da ist sieht halt aus wie ein altes Bahn Aquedukt aber da fahren Autos drauf West Ost und es könnte also das hier sein könnte aber auch das da so sein wir können aber auch hier oben sein vielleicht kommen wir da rauf wir kommen hier nur nicht rum Toshiba Kantojanie Hoge School wenn man nicht weiß wo die Sachen liegen würde man sich zu Tode suchen wir brauchen irgendwas eindeutiges irgendeine Straßenecke die so krass zu erkennen ist dass man sagt das muss sie sein so wie die hier das scheint doch eine riesige Straße zu sein wie heißt du denn schreibe ins Buchstraße ah die Italie okay die Italie ist hier bei uns gewesen wo waren die äh die hatte ich vorhin gesehen das war die irgendwo hier Italie Italie hier Italie Italie ja 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 okay das macht aber auch Sinn dann ist das hier der Park hier ist Campus dann sind wir auf der hier gerade Wadukdam okay dann kamen wir irgendwo hier raus eine Kirche sehen wir eine Kirche irgendwo Moschee haben wir hilft mir noch nicht Duinstrat Sint Jakob Sint Jakob melde dich Sint Jakob bitte zur Auskunft Megastreet ich habe keinen Namen von diesen Straßen bisher hier irgendwo gelesen Sint Gummastrat die hilft mir auf jeden Fall weiter hier Manixstrat aus der kamen wir Birkowstrat aber die habe ich glaube ich hier gelesen aber aus der die habe ich schon mal gesehen wir können gar nicht so weit von so viel sind wir nicht gefahren hier ist Sint Nobertus boah nur dieses kleine Stück heißt Sint Nobertus Alter da musst du ganz ran zoomen um das zu sehen Mann alles klar na dann stehen wir jetzt hier da ist sie und wir stehen glaube ich genau dort ja gut 3 meter 33 wir haben Antwerpen geschlagen da ist eine Brücke über dem Fluss da sind oft Brücken wir konnten ja nicht ich hatte vermutet schon dass wir hier drin sind aber ich hab die nicht gesehen die Straße da bin ich verrückt geworden aber wenn die natürlich die kleine ist ich dachte natürlich die ist dann durchgehend mit diesen Namen muss man natürlich wissen dass die auch so Teilstraßen hier nur einen Namen haben können das ist dann unglücklich aber die Kirche die dass die so groß ist krass aber auch da nicht alles wird angezeigt und die Kirche auch erst wenn man ranzoomt sind amaduserkerk ja in den kerker gehen wir auch oft und zwar in runde drei aber ich würde sagen wir machen hier einen cut in der folge und sehen uns zur nächsten wieder